Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Travel Mineville mit mir Oliver, wir können zu eins und mit dem, ich wollte schon wieder sagen, eins darüber, eins und mit dem Lollstar 300 XD, der gerade da das Jump'n'Run macht. Was hast du mit Travel Mineville? Wir sind hier Assassin's Creed 3. Ja, genau. Und klettern gerade Bäume hoch. Bunte Bäume. Ja, immer doch. Ist doch so, oder? Guck, der eine schreibt das Richtige, was ich gerade für dich sagen wollte. Cool für dich. Travel Punkte. Mit wenig Ds. Mir fehlen nur noch 5 Levelpunkte, dann habe ich 2000, sagst du? Ich habe 120. Entschuldigung mal, muss mal gerade was nachgucken. Aber weißt du, was ich mache? Ich gehe nochmal kurz in die Skype-Kontaktion. Oh, da ist nichts geschrieben worden. Schade. Also, wenn ihr gleich mal in der Aufnahme ein Bedüngen hört, entschuldigt mich, weil ich war gerade, weil wir so lange keinen Server gefunden haben, auf den wir gemeinsam drauf konnten, habe ich so lange ein bisschen Facebook gechilltet. Das heißt, wenn gleich ein Bedüngen kommt, ist das meine Schuld. Falls ihr auch Facebook Messenger auf eurem PC habt. Also, das war mal dann. Dann ist das meins. Ich sage dann trotzdem nochmal Bescheid, wenn es dann nochmal kommt. Willst du das denen dann sagen, falls sie denken, sie kriegen eine Nachricht, oder was? Ich kriege eine Nachricht. Hammer, geil. Willst du also sagen, ha, aber ich werde es nicht vorlesen. Doch, tust du, klar. Ah, ich bin drin, ja. Klar liest du das vor. Ivo. Oh. Dazu zwinge ich dich, das vorzulesen. Bedingen. Mir hat das geil, ne? Mir hat jemand Hallo geschrieben. Haha, du hast gesagt, du liest die nicht vor. Ja, vor allem, weil ich das Bedingen selber erzeugt habe. Ja, da oben ist doch keiner drin. Mir gehören die ganzen Kisten, und wenn ich dafür das Jump'n'Run machen muss, weil da gibt es einen Jump'n'Run für eine Kiste, es ist mir sowas von ganz egal. Mir sowas von ganz egal. Ich werde dieses Jump'n'Run für die Kiste machen. Nein, ich habe schon drei Kisten. Ambosse. Aber geil, die brauchen wir nicht. Oh, man hat gerade gesehen, ich habe too many Items drauf. Warum? Lässt dich da auch egal. So, ich habe alles, ne? Brauchst du noch irgendwas? Ja, alles. Ja, hier ist so ein Jump'n'Run in diesem Turm, wo du eben warst, ne? Da oben gibt es auch ein gutes Schwert. Bewegungsunschärfe, nein! Ich bin Ino. Was bist du? Ich bin, äh, immer noch. Immer noch? Du meinst Ino-Send? Ja. Immer noch. Hammer geil. Ich bin immer noch. Ich meine alles. Warum kann ich nicht mal jemanden einmal schreien? Ich will auch mal sehen, wer was ist. Das kann man wohl als Trader sehen, ne? Wer was ist. Ja, deswegen will ich ja auch mal. Warst du noch nie Trader? Doch, einmal. Hallo, soll ich den Typen schlagen? Ey, da vorne ist der Tester. Ich gehe mal zum Tester. Ich bin schon drin. Hahaha. Bin geiler als du. Pass auf, wenn ihr einer den geheimen Knopf drückt, fälltst du übrigens in Lava. Das ist bei allen Testern so. Also deswegen musst du auch immer ein bisschen Respekt vor den Testern haben, weil du fällst einfach so in Lava. Komm, geh auf. Einfach so. Ohne Ankündigung. Geh auf. Danke. Ende der Datenvertragung. Oh, Hammer geil. Wir sind noch über Kisten. Alter, ich finde gerade noch ganz viele Kisten. Vielleicht werden die einfach neu gespawnt. Nein, nein. Die wurden nicht neu gespawnt. Guck mal, wo ich stehe. Hallo, hier hinten. Guck mal, hier hinten. Hier sind so drei Kessel. Hier, andere Richtung. Ah, da, genau. Guck mal, hier. Hier musst du hochkommen. Hier ist eine Kiste. Die halte ich für dich frei. Und dann gebe ich dir... Und ich gebe dir das Holzschwert von mir. Oder hast du schon eins? Ich habe gar nichts. Dann gebe ich dir vorher das Holzschwert. Dann ist dir wahrscheinlich getötet, dass da ein Steinschwert oder Pfeil und Bogen rauskommt. Nur nicht klicken. Erst mal ein Holzschwert annehmen. Äh, da war ein Holzschwert. Hättest du jetzt mein Holzschwert angenommen, hättest du daraus ein Steinschwert bekommen, weil man alles nur einmal haben kann. Deswegen wollte ich dir ja mein Holzschwert geben. Ja, Pech gehabt. Schade. Deswegen wollte ich es dir ja geben. Nicht in dieser Art und Weise, sondern halt in Minecraft. Aber ich bin runtergefallen. Ich wollte es dir in Minecraft geben, weißt du. Komm, wir geben es uns in Minecraft. Bleib stehen. Hier ist ein Knopf und da drüber ein Wasserbild. Ja, weißt du, was dann passiert? Dann geht da hinten der Tester auf. Da hinten ist gerade einer in Lava gefallen. Und ich habe einen Wassereimer bekommen. Hey, wo ist das Bild? Wer hat das Bild? Ich habe es. Dann gib mir das. Ich will das über den Tester aufhängen. Das war lustig. Gib her. Gib mal den Wassereimer. Gib mal den Wassereimer. Ich will den Wassereimer über den Tester aufhängen. Kann man den Wassereimer eigentlich hier auskippen? Nein, den kann man nicht auskippen. Dann hänge ich den jetzt hier allen schönes Bild auf. Ich will hier für Sachen einstellen. Das kann doch nicht legal sein. Hey! Hey! Mich hat da einer runtergeschlagen! Ich bin tot! Ey, Mann! Was wollte der? Der tötet mich einfach! Guck mal, hier unten liegen Steinschwerter und so. Guck mal, unter drunter. Unter dem Tester. Ja Bist du? Kann man da runter? Ja Aber nur wenn du, guck mal Hier ganz ganz hinten, nicht da Guck mal, hier geht so ein ganz langer Weg Am Rand runter, da musst du runter Und dann einmal über die Lava drüber Da geht so ein Weg, geht der nur hin Und da liegen dann die Sachen, das ist ein langer Weg Hier runter meinst du? Ja genau, ich führe dich jetzt, einfach immer weiter runter Immer weiter runter Schnell bevor die Sachen dies bauen Und runter Wahrscheinlich Was? Nicht die Leiter? Oh, da, den meinst du wahrscheinlich Ja, den da meinst du, ne Äh? Den hier Oder? Wo bist du? Unten Ja genau, und da musst du hoch Äh, hier geht ne Leiter hoch Hallo Ach, du die Leiter hoch Ja, ja Hier Die Ecke, genau Leiter hoch Let's play Leiter hoch Guck mal, da hinten, wo der Zombie liegt Da liegt ein Steinschwert und Pfeil und Bogen Da ist noch von mir Und das Level hab ich dir grad weggesnackt Weil das kann man sich immer noch aufheben So, jetzt müsstest du Steinschwert und Pfeil und Bogen haben, ne? Ja Gut In den OVT ist nichts drin Das dumm ist, weil du so weit unten bist, denken die jetzt du hast ein Trader Das heißt, du musst jetzt gucken, dass du schnell zum Tester kommst Äh Sonst war's das mit dir Und ich glaub, dass das die erste Folge wird, die über 10 Minuten geht von Trouble, mein Will Echt? Wie lang sind denn die anderen? Da hinten ist einer, da hinten ist einer, der will dich angreifen Steinschwert zücken, von hinten, von hinten schlagen Das ist ein Böser, das ist auf jeden Fall ein Böser Weil kein anderer rennt einfach so auf die Schlüsse und will dich töten Ja Ja, das ist ein Böser Das ist ein Böser, eindeutig Ich bring dich um Lol Okay Das ist dann übrigens der letzte Böse, ne? Ist das Und der versteckt sich hier Das ist überhaupt nicht verbuggt oder so? Ich tu mal so, als wäre das jetzt nicht verbuggt Hammer geil, hier kann man sich einfach verstecken, da ist so ein Versteck Alter, da geh ich dir nix auch hin, wenn ich Trader bin und der letzte hier auf der Map Alter Wenn wir, wir spielen ja jetzt nach der Aufnahme weiter, ne? Wir müssen da hingehen, da ist so ein geiles Versteck, wenn wir beide Trader sind Dann müssen wir da hingehen Ah, weiter mit weiter, da auch Oh, stirbt Sabi Oh, jetzt bin ich Hammer geil Hier führt ein Jump'n'Run auf eine Insel Auf der ein Diaschwert, äh, kein Diaschwert, ein Eisenschwert ist Aber dafür darfst du nicht in die Lava fliegen Und wenn du am Rückweg in die Lava fliegst, bist du auch Game Over Dafür hast du aber die Möglichkeit, ein an Eisenschwert zu kommen Alter Die wollen einen doch verarschen Weißt du, wie gut man dafür Jump'n'Runs können muss? Also ich bin dann schon mal weg, ne? Wieso? Hast du aufgehört mit der Aufnahme? Nö Ich, ich meinte das mit dem Jump'n'Run Ja Bist du auch da, dass Jump'n'Run gerade am machen? Nö Ich geh grad zum Tester Oh, hier hat jemand ne Truhe vergessen Das können auch Truhen von den, äh, Traders sein, ne? Die können Truhen aufstellen, die sich in die Luft sprengen, wenn du sie öffnest Guck mal, da hängt mein Bild über den Tester Ich wollte das extra aufhängen und während des Aufhängens hat mich einfach einer runtergeschlagen Ich geh mal rein in den Tester Ich bin drin Oh, hier ist mein Bild Illegal Move? What the fuck? Ja, okay, Leute, das war's dann von der Folge Ciao Ja, ich mach dann jetzt auch mal Warum mach ich eigentlich immer länger als zu? Keine Ahnung Egal, äh, ja, dann gucken wir Ciao, 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 ciao Genau, wir waren, äh, beim letzten Mal waren wir auch nochmal schön hier die Lava am anschauen Und dann konnten wir das nicht Und deswegen gucken wir jetzt nochmal schön an Und jetzt mach ich Ende